Die Höhle heißt richtig, ähm, die heißt richtig? Ähm, 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 wer, ähm, ich weiß nicht, irgendwas mit Keller. Ja, irgendwas mit Keller. Bergkeller, ja, ich glaube. Ja, Bergkeller. Wir sind durch einen langen Gang gegangen. Ja, der war ganz groß. Stimmt's, Richard? Ja, riesengroß. Ja, und da haben die so alles von früher gefunden. Ein Helm. Steine. Und ein Kristall. Nein. Doch. Ein Zehn wird dann immer tiefer und tiefer und tiefer. Ja, und der ist dann so in der Mitte so tief, dass zwölf Kinder... Nee, wieviel war es? Zehn. Zehn Kinder übereinander gestapelt da reinpassen. Aber, aber ein Gummibuch haben wir gesehen. Ein Gummibuch. Äh, Boot. Und nicht ein Buch. Ein Anfang war es ein bisschen klein, als es war so, Richard. Mhm. Und dann war das immer größer. Bis hinter dem Rücken. Bis hinter dem Rücken. So groß. Dann haben wir noch gesehen, dass so, also, so, so. So, das ist so ein Fahrzeug, so ein Hänger. Und, und dann sollten wir an die Steine anfassen und die waren richtig kalt. Das war so was ähnliches wie Kristall. Das hat so geklärt, da hat man jeder was gekriegt. Und wir haben Fledermäule gesehen. Eine lag da oben und schlade und schliefte. Und da haben wir Steine reingeworfen, da ist, da ist da eine rumgeflohen. Und es hat dauernd von der Decke ins Wasser getrubelt. Das war richtig schön. Aber da ist doch ein Dach. Wie kommt denn das rein? Ja. Das möchten wir auch mal wissen. Hm. Hm. Ein bisschen kalt ist es da drin. Mhm. Ein bisschen kalt. Ich würde alleine reingehen. Ja, ich würde auch alleine reingehen. Ganz alleine. Ja, ich würde auch ganz alleine reingehen. Aber ein bisschen Angst habe ich da drin schon.